Bei dem Modul in Sagemünd hat mir vor allem der Einblick beim Radio Melody sehr gut gefallen, weil wir dort eigene Veranstaltungstipps aufnehmen durften, bei der Sinnung zuschauen konnten und uns auch viel erklärt und beigebracht wurde, wie das Radio funktioniert und wie es aufgebaut ist. Bei TV Mosaik fand ich sehr gut, dass wir beim Dreh zuschauen durften und dort so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen bekommen haben und auch selber dann ein Making-of schneiden konnten. Und der letzte Tag in Verdun war auch sehr interessant, weil wir dann noch mal ein paar geschichtliche Hintergründe bekommen haben und uns dementsprechend auf die Multimedia-Reportage vorbereiten konnten.